Und dann machst du einfach nur Home und dann bist du da. Also Slash Home. Gut. Gut, danke. Weil sonst muss ich nachher noch suchen. Du lässt deinen Diamanten einfach in der Werkbank liegen. Ach nee, das ist ein Mann. Hä, seit wann hab ich Diamanten in einem Tag? Du kriegst einen Diamanten pro Tag. Und was kann ich mit Diamanten machen? Ah ja, ich bin dumm. Ja, das wollte ich auch. Ich bin gar nicht so dumm, wie alle denken. Ich bin doch viel dümmer. Ja, irgendwas muss ich ja tun. Äh, was? Autsch. 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 Ich hab keinen Punkt verstanden mit dir, was ich ja noch gesagt hab, was machst du eigentlich? Autsch. Autsch. Ich verliere gerne mal mit dem. Ja. Sehe ich. Mein Internet muss mir grad... Autsch. 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 k r weiter die lecksten natürlich gar nicht ne ich verstehe eigentlich gar nichts von dem was du gerade sagst du lächst dich einfach nur durch den Test durch das klingt wie so gestürztes kind so wie es gegen gestürzte kinder nur wenn sie Wende da sind oder? ich hab Skippy Passerkind du meinst nicht mich achso stimmt du hast ja Skippy Passerkind das muss ich mir ja daran gewöhnen dass du jetzt Skippy Passerkind hast du machst hier jetzt die creepypastas, das heißt du musst auch creepypasta kind gewöhnt werden ich muss mich nur dran gewöhnen creepypasta kind ist aber sowieso ein cooler name die nächsten mega haben, ich versteh gar nichts von dir was du sagst ich tut mir auch schon leid, aber ich kann dich leider nicht verstehen ich bin gerade überlegen wie ich das macht hier bauer, ich bin mega unkreativ aua, scheiße so, fühlen wir das mal so sieht ja schon besser aus ne, ich hab' jetzt noch mal wieder Musiker, ich hab' jetzt verpackt, einfach zwischendurch aber man muss jetzt verstehen ja, super äh danke ähm was ich meine, ich mach' auch Let's Play sehr schlecht als recht aber egal, 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 aber so was was ist mir gefällt du merkst, ich hab' wirklichet jetzt um ab und zu bewegen mit der Karte die Kündigungen und ein paar Schuhe ich wüsste sich dass es gesehen kann ja auch täuschen und die Mankung und nein auch über aber merkt er dass ich jetzt auch und es geht ja jetzt auch wenn es vor Ort noch hier oben oben und so ich mache auch gut um noch alles bei der Versorgung dazu da ankommt alle was ich sage ja es kommt bald und wir sind verzögert ich höre mich ja doppelt bei dir im Hintergrund, da höre ich mal nicht was ich noch mal sagen. Ich halte mal voran das liegt. Jetzt kommt. Ich habe überhättet. Ich habe nicht überlautbrechen. Ich habe auch hättet. Ich gehe mal kurz Rohstoffe holen. Ich versuche mich gerade erst mal überhaupt in den Server wieder einzuladen. Einzulenken, genau. Ja, das würde bei dir super passen. Warte, ich leck mich kurz zu. Ähm, ich brauche nur eine Schaufel. Warp, Sand. Ich brauche mal ein bisschen Sand. Alter, das ist eine Bitch. Die Bitch. Ich habe Redstone getroppt und Schwarzpulver. Cool. Cool, man. Was hast du gefühlt? Eine Bitch, eine Hexe. Ich spiele es im City, das schlechteste es im City auf der Welt. Ich habe mir Anno einen Torstein holen und ich werde ab morgen einen Torstein rausbringen. Ne, nicht ab morgen Quatsch. Ne. Heute kann man kein... ...kein Acessions Creed raus. Äh, Acessions Creed kam heute nicht. Ja, ich habe hier aber angekündigt in einem Video. Äh, ich brauche nicht. Ich weiß, ich brauche auch Schlaf. Was hast du? Okay. Das ist voll alter Spiel, aber ist immer gut. Oh. Oh. Ja, ich habe... ...halt damals... Warum lässt hier mal den Leben? Ah, ja. In der... Ich habe halt damals, ähm... ...den Festplatten-Crash gehabt und konnte es nicht zu Ende spielen, habe es jetzt zu Ende gespielt. Okay. Das mache ich mir jetzt in Dauerschleife, das ist geil. Alter. Du bist mit. Sehr beim Hörst du execute. Ich habe auch schon mit, ich hab schon mal mit echt gut zusammengezuckt. Ich hab auch schon mal mit echt gut zusammengezogen. um jetzt mal ist mehr mit dem auch die sind ab dem komplexen für ich kann auch mit dem arbeitsmarkt mit Nein, lass bitte, das, also, nein. Ich wollte mal auf YouTube sehen, aber irgendwie wollen das, ich weiß nicht, dass meine Abonnenten wollen, also einen Teil davon wollen, also die Fan-Gruppe auf meinem Kanal wollen. Ich dachte gerade, ich kann das resetten, so aus Spaß mal. Lalalalalala, 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 lalalalalala. Wo fahren wir nicht die, als in der Stein fahren? User in your channel timed out. Ok, da hat's jetzt rausgeräumt jetzt, ne? Und wenn du Glück hast, bekommst du alle 10 Min einen Dia. Äh, Home. User joined your channel. Ich muss die Musik, ich muss gerade die Musikleiter machen. Ich muss die Musik singen. 200 Intensoren gelöscht. Woh. Woh. Ja, 200 Intensoren gelöscht, wow. ich mache PC an ja und gönn mir einfach erstmal Digimon-Thema gute alte Digimon-Serie nebenbei habe ich noch One Piece geguckt oh das ist also früher Digimon so ein Spaß an das Gucken über den Wolken musst du das ist der falsche Text keine Ahnung wieso ging das lädt deinen Traumgen ach so ok aber da gab es auch noch was mit über den Wolken oder? gab es auch noch irgendwas mit über den Wolken da gab es auch noch irgendwas mit über den Wolken bin ich mir ziemlich sicher über den Wolken muss die Freiheit das ist Reinhard May das ist Reinhard May der ist auch richtig geil ich habe den so gefeiert vor zwei Jahren oder so habe ich den nur gehört Reinhard May der macht richtig geile Songs nach dem Schiff zum Beispiel auch mega gut ähm was habe ich denn momentan gehört äh ich spiele auch wieder viel Klavier ne ich habe ja richtig aktiv Klavier gelernt ne ich kann jetzt den aktiv äh nein ich kann jetzt ich kann jetzt ich kann jetzt zum Beispiel den Anfang von Game of Thrones und durchspielen auf Klavier habe ich nie geschaut ey das ist so geil ich weiß nicht also ich habe mir die Trailer angeschaut und so nicht ich sehe mich sicher ein nein wir saßen neun bisschen nach Feuerwehr so bei uns und dann so über Beamer aktiv das Ding geguckt schönes Bier da drin das war richtig schön aktiv natürlich ich bin aktiv geguckt es war natürlich richtig aktiv also kann man einfach nichts anderes sagen es muss aktiv gewesen sein ja passiv geht ja schlecht gucken doch wenn du neben dir stehst wusstest du eigentlich dass Minecraft unlogisch ist ich meine guck mal es regnet und die Fackel geht nicht aus Alter willst du mit ernsthaft erzählen dass du Minecraft irgendwann mal für logisch empfunden hast ja wenn du Karate kannst kannst du auch Holz kaputt schlagen das ist logisch ahja in Sand und Blöcke bleiben immer in der Luft schweben meinst du? ja wenn du wenn du wenn du ein Standgebläse unterhältst und ich will dir nicht von Frauen mach ich auch immer wenn so eine Tonne Stein in der Luft schwebt halte ich den Stand gebläsen drunter und dann ähm ich habe jetzt ich habe jetzt gerade eben aus deinen zweiten Teil des Satzes verstanden hehehe oh du bist so ein Typ ein Schettgebäß drunter ein Typ nehmt ihr mich ernst er weiß es nicht anders das ist noch sehr jung ich bin 16 zeig ich doch ich habe morgen 20 Alter ich werde morgen 20 boah ich bin so fett du bist fett wie alt ich bin so fett wie alt boah Digga deine Fettringe haben auch Geringe ne was ne 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 deine Augenringe Fettringe so rum ne andersrum du bist du bist so fett an dir kann man die Ringe abziehen wie beim Baum alter das ist hart ja ich bin richtig sozial immer noch nie anders gewesen bei dir ey aber wenigstens bin ich jemand mit dem man auch Let's Playen kann auch wenn ich noch jünger bin das fand ich übrigens ganz fresh was du da so im Video gesagt hattest mit den Leuten mit denen du aufnehmen möchtest und so die sollten nicht unbedingt halt so jung sein und sowas ja ist ja auch so es ist unter einem gewissen Alter macht es einfach keinen Sinn weißt du ich habe das ja schon gehabt ich weiß nicht ob du da dabei warst ich hab's auch schon mal gehabt dass ich einfach mit Leuten auf Magic mein war das auch damals aufgenommen habe ja ja ich war dabei und dann musste ich die Aufnahme einfach löschen weil das so ein rumgekastbar war also nicht nicht irgendwie spaßlich sondern einfach nur dummes Gelaber und so nach dem Motto und es tut mir leid aber das kannst du nicht rausbringen und man muss ja auch ein bisschen Qualität gewöhnt sein wobei ich sagen muss ich war 13 als wir das erste mal aufgenommen haben ja aber du hast dich immer noch selter benommen in Wir- In Wirklichkeit bin ich 60 und heißer Heiko Ne was Nun würd ich dir auch glauben Canty Ich will aber nicht wissen von wem das bild ist Ich bin schon früher richtig ausgerassert in englisch unterricht Mann wieso das denn In diesem Einsposten aus unserer Klasse, mann, der labert mich die ganze Zeit zu, ich so, du Untermensch, hör auf mich anzulabern, mann, geh zurück in deine Mutter, ich hab mich das richtig zusammengefallen, die werden guckt mich so an, ich so, was denn, mann, die da Huren, so, nicht sein Huren, so, ne, also, es wäre nett, wenn du solche, wenn du solche Begriffe nicht im Display sagst. Entschuldigung, ja, also, unsoziale Menschen halt, auf jeden Fall ist er, und dann manchmal hier so, ja, du, halt, sehr schön, sehr schön unformuliert. Ja, also, wo du recht hast, hast du recht, sehr gut.